Und einer, der sich sehr gut mit Russland auskennt, ist jetzt mein Gesprächsgast. Er ist nämlich Vorsitzender des deutsch-russischen Forums und das wiederum engagiert sich für den Dialog mit Russland. Ich begrüße den früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg, Matthias Platzeck. Grüß Sie, guten Abend Frau Bauer. Herr Platzeck, war es Zeit, der russischen Regierung und Präsident Putin mal so klar die Meinung zu sagen, wie Merkel das heute getan hat? Ich war sehr froh, dass heute vom deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier aus Brüssel zu hören war, dass es nicht sinnvoll ist, mit weiteren Wirtschaftssanktionen zu arbeiten, sondern dass wir dringend den Dialog mit Moskau suchen bzw. fortsetzen müssen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir schon in diesem Konflikt an die Grenzen der Irreparabilität langsam herankommen. Und deshalb ein weiteres Drehen, an welcher Spirale der Eskalation, ob verbal oder mit Sanktionen, wie auch immer, nicht angesagt ist. Sie kommen ja gerade von einer Russlandreise zurück, Herr Platzeck. Wie haben Sie denn dort die Stimmung erlebt in der Bevölkerung, bei Menschen, mit denen man so ins Gespräch kommt? Wir haben vor einem Jahr ein ganz hohes Ansehen gehabt Deutschlands, insbesondere Deutschlands, was ja nicht per se zu erwarten war nach den Kreueltaten des Zweiten Weltkrieges, dass wir so eine Art Sehnsuchtsland gewesen sind. Man muss wirklich sagen, gewesen sind. Unser Ansehen befindet sich im Sturzflug. Und wenn Michael Gorbatschow vor einigen Tagen in Berlin gesagt hat, wir nähern uns den Zuständen des Kalten Krieges in unserem Verhältnis, dann habe ich das dort in Russland eigentlich als noch schlimmer empfunden. Denn im Kalten Krieg waren zwar die russischen Führungen auf Konfrontation aus, aber das Volk war eher orientiert Richtung Westen im Kopf und im Herzen. Das ist jetzt anders. Volk und Führung sind sich eher einig in einer zunehmend antiwestlichen Einstellung und Haltung. Und ich glaube, wir machen einen Fehler, Frau Bauer, von Anfang an, wenn wir in diesem schwierigen Konflikt der Überzeugung sind, wir sind hundertprozentig im Recht und die Russen haben hundertprozentig Schuld. So was ist immer falsch, so was ist immer ein Fehler. Und deshalb sollten wir auch die Ursachen des Konfliktes wirklich nüchtern und sachlich analysieren, um zu richtigen Schlüssen dann am Ende zu kommen, wenn es um Reparaturen geht. Wie könnten denn die Schlüsse sein, wenn wir uns angucken? Es ist Russland, das völkerrechtswidrig die Krim annektiert hat. Es ist Russland, das die Separatisten unterstützt. Soll man das also jetzt hinnehmen, weil man vielleicht selbst Fehler in der Vergangenheit gemacht hat? Das geht doch auch nicht. Einer der Schlüsse ist mit Sicherheit, dass wir über viele Jahre das Sicherheitsbedürfnis, die Einkreisungsangst Russlands nicht ernst genommen haben. Natürlich kann man sich hinstellen, so wie wir das gemacht haben, zu sagen, hallo, die NATO ist ein reines Verteidigungsbündnis, ihr müsst überhaupt keine Angst haben und kein Einkreisungsgefühl. So kann man aber, glaube ich, mit Ängsten weder im privaten noch im politischen Bereich umgehen. Es hilft nicht zu sagen, du musst diese Angst nicht haben. Was also dann tun, Herr Platzeck? Wollte ich gerade sagen, klug und weitsichtig wäre es, diese Angst, dieses Gefühl in die eigenen Konzepte und Konzeptionen mit einzubeziehen. Und deshalb ist für mich einer der wichtigsten Punkte, den wir auch zu lernen haben. Russland wird dringend, auch da hat sich nichts geändert, uns brauchen für die Modernisierungspartnerschaft, die sind mit ihrer Volkswirtschaft überhaupt nicht vorangekommen. Aber wir werden, und diese Modernisierungspartnerschaft nutzt ja uns perspektivisch auch sehr viel, aber wir werden diese Modernisierungspartnerschaft nicht bekommen, wenn sie nicht im Einklang steht mit einer Sicherheitspartnerschaft auf Augenhöhe. Das ist nötig, das ist eine der Ursachen dieses Konflikts, dass wir das alles nicht hinreichend berücksichtigt haben. Und wenn wir das auch künftig nicht tun, werden wir nicht zu einem einigermaßen einvernehmlichen Verhältnis kommen. Egon Barr hat das schön in einen Satz gefasst. Die Beziehungen zu unseren amerikanischen Verbündeten sind unverzichtbar. Aber Russland auf dem europäischen Kontinent ist unverrückbar. Das heißt, wir sind schicksalhaft aneinander gebunden und müssen deshalb diese Erkenntnis auch der russischen Gefühlslage mit in unser Kalkül einbeziehen. Matthias Platzeck, der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.